Ja, hallo und willkommen hier zur sechsten Folge Supremacy 1914 mit Britisch-Ägypten auf der 100er-Karte, gemeinsam mit Paul King und Skila. Ja, wir haben Tag Nummer 7 und wir stehen auf Platz 11 mit 52 Siegpunkten. Ja, wir sind auch leider wieder ein... Ach nee, wir sind aufgestiegen. Sehr gut. Ich dachte... Naja, gut, zu Tag 5 sind wir wieder leicht gefallen. Nein, ist aber nicht dramatisch. Wir haben jetzt hier wieder ein bisschen Geländegewinne verzeichnen können. Wir haben jetzt hier französisch Aquatorial Afrika angegriffen, haben auch gut gesiegt. Wir können mal in die Zeitung gucken. Das sieht eigentlich alles recht gut aus. 4.000 zu 48.000 Verlusten, da können wir auf jeden Fall zufrieden mit sein. Es kam jetzt auch keinerlei Gegenwehr mehr. Von daher gehe ich davon aus, dass wir jetzt auch die letzten Territorien noch angreifen werden. Und damit können wir auf jeden Fall sehr zufrieden sein und werden dann hier auch recht schnell Geländegewinne verzeichnen können. So, jetzt gibt es weitere Pläne. Wir haben mit dem Osmanischen Reich, ich weiß gar nicht, ob ihr das schon wisst, ein Pseudobündnis geschlossen. Der Plan war einfach, dass wir jetzt ihm erstmal hier anbieten, geteilte Karte zu machen, ein Bündnis einzugehen. Nach dem Ganzen, was da jetzt die letzten Tage war, ist das natürlich kein reales Bündnis. Da muss man einfach ehrlich sein. Ich vertraue ihm keine drei Meter weit und so wie es aussieht, er uns auch nicht. Der Plan sieht jetzt vor, dass wir hier uns jetzt um Aquatorial Afrika noch kümmern werden. Wir werden dann, ich denke mal, wenn wir das hier alles besiegt haben, im besten Fall heute Abend, spätestens morgen, werden die Truppen Richtung El Arish schicken, werden hier dann den Sammelpunkt machen, vielleicht auch in Kairo, muss ich mal gucken, um dann direkt recht schnell hier rüber zu setzen, um dann recht schnell hier Geländegewinne zu verzeichnen. Wahrscheinlich wird es dann so ablaufen, dass Paul erstmal versucht, hier maximalen Schaden anzurichten, mit Panzerwagen hier durchzurennen. Gleichzeitig wird Xinjiang sich hier sammeln. Ich hoffe, dass er es schafft, bis dahin noch ein paar Truppen zu mobilisieren, weil das, was er hier hat, ist echt nicht so dufte, aber er ist zumindest so, dass er seine Truppen zum Moralisieren in gut moralisierte Provinzen schickt. Das ist prinzipiell schon mal eine gute Sache, sodass wir dann morgen, so würde ich das dann auch mit unseren Allies kommunizieren, morgen den Angriff starten, sodass wir dann recht schnell hoffentlich schnell das Osmanisch Reich besiegen. Wir werden vorher nochmal hier eine Landung versuchen. Das werde ich heute Nacht machen, das dauert ungefähr fünf Stunden. Ich habe so geplant, dass ich das so gegen 0 Uhr wahrscheinlich starte, dann wäre um 5, um 6 die Landung durch, in der Hoffnung, dass das dann auch erfolgreich ist, dass wir da dann recht schnell Griechenland schon mal besiegt haben. Da sind hier die 70.000 Truppen von Griechenland auch weg. Ich denke, das ist durchaus sinnvoll. Und dann werden wir einfach so tun, als ob wir hier so durchmarschieren wollen, Richtung Ukraine. Ist natürlich Quatsch. Wir werden dann einfach hier abbiegen und uns die Hauptstadt krallen. So ist der Plan. Wir werden dann quasi hier die Hauptstadt uns nehmen. Konstantinopel werden damit die Moral des Feindes schwächen. Ich hoffe mal... Ups, das war ein bisschen laut. Ich hoffe mal, dass der Osmaner nicht mit Goldmark sich eine neue Hauptstadt ergoldet. Das Risiko besteht natürlich. Ich werde wahrscheinlich auch dann nicht die Vollarmee-Stärke nehmen, sondern ich werde nur ein Teil nehmen und wir gehen dann einfach auf alles oder nichts. Genau, das ist so ein bisschen der Plan, um dann quasi... Ja, also die Sturmtruppen brauchen wir auf jeden Fall hier unten. Das steht fest. Wir haben dann, wenn wir das hier alles so markieren, haben wir doch eine ordentliche Armee-Stärke. So, von 19 Sturmtruppen. Damit können wir definitiv zufrieden sein. Wir haben leider eine verloren heute. Ist jetzt aber nicht weiter dramatisch. Und genau. Dann werden wir mit unserem Panzerwagen quasi hier die Westfront erstmal absichern. werden so dann... Und werden alle Offensiv-Einheiten vielleicht auch ein paar Panzerwagen dann ab in den Osten schicken, um dort dann gegen den Osmanen zu kämpfen. Der natürlich immer noch mit seiner Riesenarmee hier steht. Die ist nicht zu unterschätzen. Definitiv nicht. Aber wir versuchen den dann so ein bisschen in die Defensive zu locken. Und mit Paul gemeinsam und unseren Truppen gemeinsam, da hat er keine Chance. Wenn wir dann einfach beide in den Nahkampf gehen, dann ist er raus aus der Geschichte. Er hat zwar sehr viele Panzerwagen, hat dadurch sehr viele Trefferpunkte. Also es wird verlustreich. Definitiv wird es verlustreich. Aber ich denke, das sollte unterm Strich kein Problem sein. Und ich bin dann auch sehr gespannt, wie Polen darauf reagiert. Die arbeiten wohl zusammen. Und da müssen wir auf jeden Fall dann noch ein bisschen aufpassen. Aber ich denke, unterm Strich sollte das alles kein Problem sein. Ja, Skila jetzt hier im Kongo weiterhin unterwegs. Wird jetzt in ein paar, in zwei Stunden ungefähr hier die Hauptstadt einnehmen. Ähm, der Kongo natürlich besiegt. Hier stehen ja noch ein paar einzelne Truppen. Wir werden uns daran nicht beteiligen weiterhin. Ähm, wir nehmen jetzt hier noch unsere Gebiete vom, von Französisch Aquatorial Afrika ein. Und dann bin ich damit auch eigentlich erstmal zufrieden. Ähm, ich bin noch so ein bisschen hin und her gerissen, wie ich das mit den, äh, Fabriken mache. Also wir haben jetzt bis jetzt, glaube ich, zwei oder drei, genau, äh, zwei Werkstätten in Auftrag gegeben. Ich werde wahrscheinlich noch eine dritte in Auftrag geben. Ach nee, wir haben drei. Okay, dann würde ich sagen, bauen wir einfach mal drei Fabriken. Ähm, ich denke, das ist durchaus sinnvoll. Ähm, und dann können wir damit, denke ich, auch erstmal gut ins Midgame starten. Vier Fabriken ist, denke ich mal, noch zu viel. Das können wir noch nicht machen, aber wir könnten hier in der Doppelstahl mal eine Eisenbahn bauen. Dann sollte auch morgen trotzdem das alles ausreichen. Wir können ja noch ein bisschen Öl verkaufen. Wie sieht's da aus? Oh, das sieht nicht gut aus. Äh, aber wir nehmen einfach mal hier die 18.000 mit. Äh, ist jetzt nicht weiter dramatisch. Ist nicht so viel, ist natürlich schade. Aber der Handel ist leider hier auf der Karte auch nicht so. Oh, doch, bei Holz funktioniert's eigentlich recht gut. Ja, dann werden wir mal für Holz ein Angebot reinstellen. Äh, 12,6. 11,6. Holz. Ähm, machen wir mal 3000 knapp. Und dann verkaufen wir das für 27,5. Auch Holz. Und auch so. Dann kriegen wir da ein bisschen Geld hoffentlich für. Und können dann, ähm, damit wieder ein bisschen was einkaufen. Ich denke, das ist durchaus sinnvoll. Genau. Und damit würde ich auch sagen, wird's auf jeden Fall die nächsten Tage jetzt sehr spannend. Und wenn euch die Folge gefallen hat, lasst doch gerne einen Daumen nach oben da. Würde mich sehr, sehr freuen. Ansonsten, danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Vielen Dank.